Stoni TV mit gesternes Bavarium Race in Frensdorf nahe Bamberg, Turnier 2 Runde 1 Links spielt Christian Trebling vom Post-SV Bamberg, aber überraschend im ersten Turnier gegen seinen Bruder verloren und ist deswegen nur auf Platz 3 gekommen. Der Bruder dann Christoph, auf Platz 1, Platz 2 Elmar Schlang, stark gespielt mit neuem Belag, neuem Störbelag. Und der Spielverein Niveau Haraldsbach bei Deutschland für viele Jahre beim Zufall und Gasbach. Ja, und auf der anderen Seite der junge Mann mit dem Bart, das ist Victor Domme, hat Rückschlag, Victor Domme Pettensiegel. Applaus 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Mann, strike. Vielen Dank. 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 Okay. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.